Es ist los! 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 Ach, Digga! Hey, wohin muss ich denn? Wo? Boah, bis der hoch ist Bereit? Hm? Nein! Ah, das Preset war nett Oh, jetzt da! Mach mal da lang, da lang, da lang Geh schon mal zu den Schaden vor dir Okay Also Gib dir jetzt einmal den Muss klein sein, klein Also mittel, normal Dann geb ich dir den hier Dann gebe ich dir den da Dann 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 den Und dann den 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 So So Loll Tschüss Ach, scheiße, wie komme ich denn jetzt? Ah, ja, ok Rein mit dir Mach die Baderie rein Was für Was für Das haben wir geschafft? Das ist jetzt das erste gewesen Klack, 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 klack Abfahrt zurück So Nummer eins ist an Machen wir das hier als nächstes Mit diesem Geschirr Das können wir machen Ah, das Level, das mach ich Füllen Ah Digga ist das hell Boah Ok Ja, springen Ja Ja Oh Ey, du Schwachmat Jetzt aber Digga, was? Oh Geh, noch mal Jetzt weiß ich Ich darf nicht so weit noch So Ich schaffst du mein Leben, Alter Egal, du machst das schon Oh Ah Fast again Just barely Äh Ja Oh Ach OK Oh Flatsch! Wir müssen noch gemütet werden, ne? Ja... Ne? Ah! Hä? Hä? Ah! Jetzt verstehe ich... Ne, du musst runter, ne? Hä? Ich kann dich nicht weiter hoch! Kannst du irgendwas machen? Ne, ne? Oh! Ne, ich kann nicht weiter drehen! Ich kann jetzt nur nach rechts! Ich kann jetzt nur nach rechts! Ne, du musst hier echt runter! Ja, aber ich kann nicht weiter drehen, das ist doch scheiße! Du bist echt ein Schlauberger, weißt du, ne? Ja, du wirst es jetzt auch, wie es gemacht hat, aber mit nicht zu viel Schwung, sonst sprich da unten rein! Dreh's auf! Dreh'n! Jetzt lächst du los! Und jetzt? Ja, weh los! Ja, es war zu wenig! Ah! Ich verstehe! Ah! Ich verstehe! Ah! Ich verstehe! Ich verstehe! Ah! Ich verstehe! Ah! 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 Sag das doch! Das hast du nicht hinbekommen, ne? Ne! Komm! Hm! Ja! World's Greatest Dead! Hä? Wait! No! My World's Greatest Dead! Oh! Relax! Rose can buy you another one! Hä? Ah! 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 Du kannst runter sliden von rechts nach links! Nee! Ah! 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 alter fidget spinner bin der fidget jungen hui nein ah da ist das ding ach komm so den ganzen weg zurück so scheiße mann warum glaubst du es denn nicht schönes 2d level schönes 2d level wenn wir das alles geschafft haben müssen und dann gegen den Affen kämpfen dann kommen nochmal 3 Portale ja übelst lange Level alter was ist eigentlich wenn man jetzt so zum Beispiel raus gehen würde speichert das ab hier oder ja ja immer wenn unten steht speichert so da bist du jetzt wieder am Start ich muss da nämlich drauf und du musst mich schieben weil du fett bist falsche Richtung falsche Richtung ich muss mich da durchs Tor schieben wo du es bei mir siehst ich muss ich muss am Ende da oben hoch kommen bist du Katze oder was hehehe meow so einer komm first try alter ich habe noch nie verkackt in dem Level komm first try komm gönn komm gönn weiter zu den Bierkästen bis auf nein ähm ah warte mal komm mal her hey so kommen sie drauf kommen sie drauf der Aufzug ist ready wirst du so fett sein mach dich klein hey so schaffe ich dich doch nicht wenn du zu fett bist hey hey bruder hey zocky jetzt mach dich klein man hey hey ah nee warte mal bleib mal drauf hä das ist voll spiel verkehrt Hilfe ja ja ist das wieder nicht ja ja hey das ging ja voll schnell was hast du denn noch nicht eingelegt das ging ja hm da kommen aber noch dreckigere Level jetzt oh du scheiße das kannst du wieder gespeichert was geht so gehen wir an die andere Seite ah jetzt sind sie offen hm wie geht man denn ja sie sind anderen drüben drehen der anderen drüben der anderen drüben gegenüber dieses drehen ist echt widerlich turn around um vergewaltigt ein stick ja richtig turn around machen komm nächster nächster stockwerk ach es nur nächstes achte ich ich glaube das müssen wir jetzt dreimal machen was ne oder einmal noch glaube ich drei Portale jetzt ich bin ich mich nicht ich glaube das ist nicht okay du 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 ich du 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 ich du jetzt musst du mich glaube ich irgendwie der hoch bringen so jetzt mach dich mal klein mach dich mal klein und stell dich darauf wo ich war bist bereit das ist so geil ja alle guten flug ich weiß nicht mehr wie du warte mal kann ich nee